Leute, willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Im heutigen Part werden wir uns Richtung Wassertempel begeben, denn das ist unser nächstes Ziel. Und dafür machen wir epische Unterwasserpfeile, also Sprünge. Weil wir hier unter Wasser ein Herzteil haben, was wir gerne kurz mitnehmen wollen. Da ist es. Zack, und da haben wir es. Wir nehmen auch kurz mit, dann fehlen uns noch zwei bis zum nächsten Herzteil. Das werden wir, glaube ich, auch demnächst kriegen. Könnten wir es eigentlich schon heute kriegen? Ich weiß es gerade gar nicht. Aber irgendwie scheint die Zeit irgendwie verlängert worden zu sein, als ich gerade irgendwie das Herzteil eingesammelt habe. So, äh, ja. Ich muss nach oben, Leute. Danke. So, und jetzt werden wir so ein bisschen die Wärme wieder ins Zora-Reich bringen. Denn, ich meine, das müsste auch mal sein. Meiner Meinung nach. Und als allererstes werden wir den König befreien, indem wir uns vor ihm stellen und das Feuer auf ihn werfen. Und dann sprechen wir mit ihm. Oh, ich will euch wie neu geboren. Seid ihr es, der mich vom Eis befreit hat? Ich danke euch. Mir scheint, ihr könnt euch nicht sehr lange unter Wasser aufhalten. Als Zeichen meines Dankes nehmt bitte diese Rüstung mit. Mit ihr könnt ihr nun auch unter Wasser atmen. Und da kriegen wir die blaue Rüstung, die wir uns doch mal direkt anziehen. Denn, im Blau sehen wir einfach unwiderstehlich aus. Seht ihr das, Leute? Unser Schwert noch zücken. Da sehen wir richtig stylisch aus, ja? Ich mag den blauen Ding. Der gefällt mir sogar am meisten. Weil Blau ist ne coole Farbe, Leute. Blau ist meine Lieblingsfarbe. Ja, fast. Ich mag Blau, weil Blau ist halt ein Stück für Lila. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also man braucht Blau und Rot für Lila. So, ich mach mal kurz hier den Laden frei, dass wir auch beide Flaschen wieder frei haben. Ich glaub, ein weiteres Malfeuer brauchen wir jetzt nicht. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Wir kommen. Eine Fisch für 200 Rubine. Oh, eine Zora-Rüstung, die wir uns hätten holen können. Aber haben wir nicht gemacht, weil brauchen wir nicht. So, dann können wir mal kurz unsere Items mal ein bisschen sortieren jetzt. Dann tun wir nämlich den Enthaken. Ja, ne. Die Stiefel tun wir da oben hin. Was wir dann einfach zack machen. Genau. Dann machen wir einfach, wenn ich spiele, dann drück ich einfach da kurz rüber. Dann haben wir das. Die Bomben. Weiß nicht, ob ich die brauchen werde. Ich werd aber mal einfach einstecken. Und ich mach das so. So, ein bisschen Ortung hier machen. Kinder-Items, die wir nicht benutzen können. Ein Brief von Prinzessin Zelda. So. Das heißt, Kinder-Items, die wir nicht benutzen können. Aber halt, äh... Ja. Ihr wisst, was ich meine. Die wir als Kind bekommen haben. Den dicken Hammer haben wir nicht als Kind bekommen. Damit das klar ist. So, und jetzt gehen wir zum Sura-Fluss. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg... Ich sag schon wieder Sura-Fluss. Ich könnte mich in den Arsch treten. Den Hylia-See. So. Da müssen wir nicht jetzt hin. Das Herbst da hinten ist übrigens weg. War ja klar. So, und wir... werden jetzt... einfach mal hier in den Octorok vorbeiziehen. Ja, tut uns eh nix. Ich überlege gerade. Darf es nicht irgendeine Abkürzung zum Fluss? Was ist das denn hier? Kann ich da hoch? Ich kann... Wieso kann ich da nicht hoch? Ah, da kann ich hoch. Okay. Was ist das hier? Das macht mich gerade neugierig. Ah, guck einer an. Guck einer. Was haben wir denn hier? Eine Secret. Interessant. Das kann... Das kann ich gar nicht gerade. Oh, hier können wir uns Fähen holen. Ich würde sagen... Weil ich ein Schwachmat bin... Holen wir uns mal kurz eine Fee dazu. Es ist einfach nur für mich sicherer, denn... Ich weiß... Dass ich sterben werde irgendwann wieder. Und dann bin ich froh, eine Fee zu haben. Denn dann überlebe ich wieder ein bisschen mit. Hm. Das ist meine Trumpfkarte. So. Da ist auch ein Loch. Hä? Und da ist ne Kiste. Oh, ein paar Rubine. Das ist nett. Nehme ich dann und dann. Muss ich zugeben. Jetzt überlege ich gerade, ob wir irgendwie... ...einen Schlenker machen können. Und zwar... ... würde ich sagen... Ich möchte gerne... Wo möchte ich hin? Ähm... Vor Highwool. Denn da gibt es doch ein Herzteil an dem Baum. Ich wusste, da war irgendwas, Leute. Ich wusste es einfach. Aber irgendwie... ... habe ich das nicht auf die Reihe bekommen damals. Diesmal bin ich klüger. Deswegen werde ich mir kurz Epona rufen. Mit Zayas Lied. Was ich nicht vergessen habe. Deswegen suche ich nochmal nach. Nicht Zayas. Eponas. Sorry. Äh... Eponas Lied, da holen wir uns Epona hin. Das geht mich ein bisschen schneller, als... ...über das ganze Feld zu laufen. Weil wir müssen jetzt theoretisch nach Highwool. Und... Da ist Epona. Hallo Epona. Der blaue Ritter kommt. Äh... Wir müssen jetzt nach Highwool. Und dann müssen wir wieder ganz nach Süden. Zum... ...Tempel. Theoretisch haben wir auch den Song, ne? Jetzt mal so kurz nachdenke. Ich bin ja so ein Genie. Macht aber jetzt nix. So, wir suchen... Gott, wer bist denn du? Hörst du mich jetzt gerade erschrocken? Gut, hier soll irgendwo ein einzelner Baum stehen. War das hier? Ich hab grad keine Ahnung. Einfach mal rausfinden. Irgendwo gab's einen Baum mit einem Herzteil. Ich weiß das. Kann auch der Baum dahinten gewesen sein. Kann auch der gewesen sein. Schön, dass Epona auch keine Angst hat, wenn hinter ihr eine Bombe hochgeht. Das ist ein treues Pferd, ne? Ich kann mir vorstellen, dass eine oder andere Pferd... Äh... ...wenn... ...mal eine Bombe hochgeht. Haut ab. Ich glaub, hier war das Herzteil. Tschöö. Ja, da war's. Das weiß ich aber auch nur per Zufall. So, dann stehen wir kurz noch in unserem 13. Herz. Können wir eigentlich ein 13. Herz noch holen? Eigentlich ja. So schwierig wäre das jetzt grad gar nicht. Und zwar müssten wir dafür... Äh... ...zum See und Angeln. Das wäre so das Ziel dahinter. Jetzt trage ich mich gerade. Ne, das ist die Gerudo-Festung da hinten. Da möchte ich natürlich noch nicht hin. Das ist unser späteres Ziel. Ist doch übrigens schön, dass man zurückgehen kann, aber dann geht das einfach nicht. Und jetzt ist schon wieder Tag. Ach man, wie schnell das geht. Kann ich darüber? Yeah! Los, Epona! Ein treues Pferd, muss ich zugeben. So, und dann müssten wir hier angeln, soweit ich weiß. Oder können wir da schummeln? Ich weiß, wenn man jetzt... Ich hab das Schild einfach umgedietet. Und zwar genau auf der Seite, wo ich nicht langgeritten bin. Das ist Kunst. Leute, das ist echt Kunst. Wie hab ich das denn jetzt gemacht, hä? Und zwar... Ist dieser nette Typ hier, ne? Sagst du, von wegen, wenn wir auf den Grund des Sees tauchen, könnten wir theoretisch, äh... Ein Herzteil kriegen, aber ich glaub, wir müssten dafür echt tauchen. Oder? Hallo, ich bin gerade dabei, das Wasser aus der Hülle jetzt sehen, mit einigen seltsamen Substanzen zu vermischen. Vielleicht hast du ja schon mal mit Azza, der alten Frau, in Kakarikos Hexenladen gesprochen. Sie hat viel von mir gelernt. Und eben, wir brauchen nämlich erst die goldene Schuppe, um darunter zu tauchen. Wenn wir nämlich tauchen können, neun Meter tief, äh, dann sagt uns dieser nette Typ von wegen... Hey, du kannst neun Meter tief tauchen. Ich kenn nicht viele, die das können. Ja, und... Ich würd sagen, das machen wir heute, denn ich muss zugeben... Ähm... Die Sache ist gerade so, dass, äh... Wie komm ich da hoch? Dass ich momentan nicht sehr viel Zeit habe. Mir fällt doch gerade auf, das Wasser vom Hülleer See ist ziemlich tief, oder bin ich gerade blöd? Tatsache. Komm ich da gerade gar nicht ran? Ich müsste da oben hin. Ne, ich komm da gerade nicht wirklich hin. Das ist gerade nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das ist dann nicht so geplant, wie ich es wollte. Okay, dann müssen wir erst den Hülleer See machen. Ist leider so. So, und der Hülleer See. Ach, nerv nicht. Stirb, Monster! Jetzt fängt es ja einfach an zu regnen. Das ist unglaublich. Der Hülleer See, der Tempel zum Hülleer See ist das hier. Und wer hat es schon erkannt? Genau, es ist ein Unterwassertempel. Und wir wissen, wie sehr ich Unterwassertempel mag. So. Mal kurz das aktivieren. Und dann betreten wir den Wassertempel. Mysteriös. Plopp. Ich hasse ihn. Du musst zugeben. Ich mag ihn nicht. Wir können uns hier jetzt an dieses Ziel ranziehen. Und hier gibt es die Monster. Okay. Gut, jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Ich habe keine. Ich wiederhole gar keine Ahnung mehr, wie der Tempel hier ablief. Da brauche ich den Schlüssel. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir hier einen Endhaken wieder kriegen. Das macht unseren Endhaken doppelt so lang. Das weiß ich. Okay. Aus dem Effekt heraus ziehe ich, dass es auf jeden Fall spaßig wird. So, hier haben wir einen Block. Den können wir ziehen. Jetzt frage ich mich gerade, wofür können wir den ziehen? Das heißt, es muss irgendwie einen zweiten Gang hier geben. Nur wo? Aber... Kleiner Funfact. Ich mag die Musik. Weil die irgendwie sowas Mysteriöses hat. Bist du wieder gespawnt? Das ist uncool von dir, kleines Monster. So. Hier können wir nicht lang. Alter, das kann nicht wahr sein. Jetzt müssen wir uns echt hier durchfremeln. Vielleicht ganz unten. Und da kommen wir später hin. Oh je. Nicht gut. Was ist das hier? Ach, da ist ja sie. Die haben wir noch gesucht, halbwegs. Oh. Wenn ich mich recht entsinne. Maser. Du bist Maser, oder? Ich bin es. Ruto. Deine Braut. Boah. Mir wird gerade kalt. Und... Ich habe Gänsehaut bekommen. Die Prinzessin der Zoras. Oh mein Gott. Ich habe... Mir wird jetzt gerade zum ersten Mal klar, dass ich einfach nur eine andere Kleidung anhabe und trotzdem unter Wasser atmen kann. Das ist wie so Kiemen-Kleidung, ja? Wenn ich das jetzt mal so recht überlege, haben wir ja nichts anderes gemacht als irgendeinen anderen Anzug. Es ist ja so, als wenn ich jetzt sagen würde, von wegen... Ich ziehe mein Pullover an und dann friere ich nie wieder im Winter. Punkt. Genau, so ist das jetzt. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Ich werde nie vergessen, was wir uns vor Jahren geschworen haben. Es war grauenvoll von dir, mich sieben Jahre lang warten zu lassen. Doch jetzt ist es nicht die Zeit, über Liebe zu sprechen. Es ist etwas Furchtbares geschehen. Zoras Reich ist eingefroren. Alles ist über und über mit Eis bedeckt. Ein junger Mann namens Sheik hat mich aus dem Eis gerettet, aber die anderen Zoras wurden noch nicht. Ich will sie retten. Alle. Gotta, gotta rescue them all. Ja, so richtige Pokémon-Trainerin. Ich will Zoras Reich retten. Wo könnte das jetzt eingefügt werden? Also ich könnte sie alle retten, das könnte man als Pokémon sehen. Ich würde sie alle retten. Vielleicht Mario. Ich will alle Toads und Peach retten. Ja, so ist es. Du musst mir helfen. Du musst es für mich tun. Für die Frau, die du heiraten wirst. Masa, hilf mir, das bösartige Ungeheuer zu vernichten, das in diesem Tempel lauert. Willst du das tun? Im Wassertempel gibt es drei Stellen, an denen du den Wasserstand verändern kannst. Ich zeige dir den Weg. Folge mir und beeile dich. Sie schwimmt nicht nach oben. Das ist heilig. Ah. Wir können übrigens unter Wasser nicht das Schwert benutzen. Das ist interessant zu wissen. Ging das? Das ging doch in Trader Plus. Das ging das, oder? Oder täusche ich mich da jetzt? Kann ich Bomben benutzen? Nee, wird aber auch wenig Sinn ergeben. So, ich glaube mal, sie ist hier reingegangen. Jener, der den Zugang auf dem Grund des Sees öffnen will, möge ein Schlaflied aus königlicher Überlieferung spielen. Ah. Und wo ist sie jetzt? Sie ist einfach weggegangen. Aber ist ja auch kein Problem. Ich meine... Wenn die Frau weg ist, dann bin ich zufrieden. Haha. Der kann ich wieder frei leben. Ah. Ach ja. Das ging ja... Mir wird gerade klar, wie der Tempel abläuft. Oh mein Gott! Nämliche Steine! Legt euch nicht mit den anderen... äh, mit dem falschen Steinzerstörer an, Leute! So, jetzt nennen wir uns noch die Karte, oder... Was ist das hier drin? Ich glaube schon. Oh. Jupp, die Map. Das ist gut. Das ist echt gut. Dann gucken wir uns mal kurz die Karte an. Und drei Teufelsnamen. Das kann lustig werden. Das kann echt lustig werden. Die Bomben lassen wir einfach mal da liegen. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Und warum leuchtet das Feuer hier? Pfeil und Bogen. Okay. Warum immer das Feuer hier schon leuchtet? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das könnte man auch einfach mit dem Stick machen, ne? Ich glaube schon. Aber wer macht das schon mit den Sticks? Sticks sind uncool. Hallo? Nein! Und da kriegen wir auch schon die nächste Kiste. Und ich gehe mal davon aus, dass hier der Schlüssel ist. Wobei... Ja doch, schönen Schlüssel, aber der wird nicht für oben sein, glaube ich. Kann ich mir gerade schwer vorstellen. Denn wir kommen gerade nicht nach oben. Eben, das ganze Wasser wurde doch abgesackt. Da haben wir was! Hallo, kleine Bombe. Wasser! Ach, habe ich dich vermisst. Aua. Fuck. Das war... Nicht so gewollt. Ach herrje. Ich glaube, das Wasser geht gleich wieder runter, ne? Huch! Nein, das wollte ich nicht! Oh, das ist ein Scooter da. Das ist nett. Durch die andere Frage, bin ich hier nur für die Scooter hingegangen, oder was? Ich glaube, ja, ne? Oder hat es irgendwas mit der Build zu tun? Mit der Build kann ich aber auch nichts machen. Okay. Das ist nicht so schlimm. Die Scooter war ja auch eigentlich schon einiges wert. Aber ich muss kurz gucken. Zählt denn irgendwas? Ich bin mir sehr unsicher gerade bei diesem Dungeon, ja? Das tut mir ja echt leid an der Stelle, aber... Es ist ein Wasserdungeon. Und wir wissen alle, was Wasser ist. Wasser ist böse. Aber gut, wir haben, glaube ich, gut was weggemacht heute. Würde ich sagen. Ich gehe davon aus, also weil ich gerade null Ahnung habe, wie es hier richtig weitergeht. Aha, guck mal, da ist eine Tür. Würde ich sagen, wir würden hier auch noch zwei weitere Parts drin stecken erst mal. Hallo? Muss ich mich nach oben ziehen? Tatsache. Hier ist ein weiterer Stand für das Wasser. Da kann ich mich nicht festhalten. An der Tür vielleicht auch nicht. Da oben kann ich mich festhalten. Da oben ist eine Skulltula. Gut, wir können hier das Lied spielen. Das heißt, wir würden den Wasserstand auf das zweite Level bringen. Und das bedeutet theoretisch... Das Wasser steigt wieder, ne? Genau. Und da ist ein Gang frei. Ach man, Leute, ich habe gerade so viel Spaß hier. Auch wenn ich den Nudgen nicht mag, aber die Musik cool finde. So, was haben wir denn hier? Oh. Nein, mach kaputt. Dankeschön. Das Fahrzeug ist ein bisschen gespammt hier, aber im Endeffekt führt ja auch jedes Mittel zum Ziel. So, die erste Frage, was haben wir jetzt hier? Hier haben wir eine kleine Kiste. Dort finden wir bestimmt einen Schlüssel. Ja, war vorher zu sehen. Und auf der anderen Seite... finden wir... was das Schicksal uns bringt. Nein, Spaß. Eine Decke. Oh, okay. War nicht so erfolgreich, wie ich dachte. Gut, das macht aber nichts. Ich würde sagen, jetzt an der Stelle wirklich, weil... Wir wollen den Part auch nicht zu lang ziehen. Am Ende sagt ihr wieder, Masa, du machst wieder viel zu viel. Und wir gucken nicht mehr lange mit. Hm. Ich würde sagen, im nächsten Part werden wir... Lass mal hier hochkommen, irgendwie. Das zieht sich ja doch dann schon ein bisschen. Werden wir... Ach, guck einer an. War es wirklich klug, das jetzt schon so hoch zu machen? Ich habe leider gerade keine Ahnung. Aber ich würde sagen, wir werden... uns dann angucken, was wir... hinter Tür nochmal der hier finden. Also, hinter der Tür hier finden. Wo ein Zeichen steht für drei... Wasserlevel. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Und... Masa la vista. Baby. Baby.